Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Plotly, heute mit Fehlern. Ja, jeder macht Fehler, das ist klar und vor allem sind in unseren Datenfehler drin. Und manchmal ist es schon bekannt, wie viele fehlerhafte Daten wir haben. Und heute gucken wir uns genau diese Punkte an. Und ja, man kann das relativ gut eigentlich darstellen, indem man hier tatsächlich einfach ein, in unserem DataFrame eine extra Spalte einfügt. Sagen wir einfach mal DataFrame von Error ist gleich. So, was wollen wir denn als DataFrame Error setzen? Naja, ich würde sagen, wir nehmen uns tatsächlich einfach mal hier diese Spal Width und fügen der so ein kleines bisschen Error hinzu. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel durch 50 oder sowas. Und dann haben wir sozusagen einen künstlichen Fehler, der ein Fünfzigstel des Wertes ist. Also das ist nicht viel, aber wir wollen diesen Fehler auch angeben. Und diesen Fehler kann man natürlich sowohl auf der Y-Achse als auch auf der X-Achse machen. In unserem Fall machen wir den jetzt mal auf die X-Achse. Das heißt, wir sagen hier Error X ist gleich und geben hier den Namen der Spalte an, wie wir es oben auch schon gemacht haben, wie der Fehler heißt. Und selbstverständlich könnte ich hier, wie gesagt, auch über Error Y, ups, über Error Y könnte ich hier auch den Fehler angeben, so wie ihr das wollt. Aber wir lassen den Teil jetzt hier mal raus. Wir gucken uns aber gleich an, wie das Ganze damit aussieht. So, und ja, jetzt haben wir das hier. Das ist ein Plot, der, ich mach das mal ein bisschen größer hier, das sind quasi unsere Fehler. Das heißt, der eigentliche Punkt liegt hier, aber wir haben eine Fehlerquote von plus, minus, wenn man rüberfährt, sieht man das, plus, minus 0,06. Und das heißt, wir sehen hier, das ist der Punkt. Und nach links ist so ein kleiner Balken, der da hingeht, und nach rechts ist so ein kleiner Balken. Das ist quasi das Areal, in dem dieser Punkt liegt. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn wir das Ganze haben. Und, ähm, führt natürlich dazu, dass die Kurve sich eigentlich nicht wirklich verändert, weil die Punkte sind ja immer noch dieselben. Aber es führt eben zu diesen kleinen, hübschen Balken, die uns angeben, wo das Ganze ist. Übrigens, wenn ihr das Ganze auf die Y-Achse macht, dann sieht das schon eigentlich so aus, nach etwas, was ihr vielleicht kennt. Und, äh, ich zoome hier mal ganz kurz ein bisschen näher ran. Solche Punktesachen kennt ihr vielleicht tatsächlich, denn die gibt es häufiger mal, also, zumindest so ähnlich, es heißt eigentlich anders, eigentlich sehen sie ja auch genau genommen ein bisschen anders aus. Aber, ähm, sowas in die Richtung kennt ihr vielleicht aus, äh, Grafen von, zum Beispiel Finanzen oder, ähm, Börsewerten oder Bitcoinwerten oder sowas, wo dann quasi dabei steht, ey, oben, das war der teuerste Preis, der gekauft wurde oder verkauft wurde. Und unten ist der günstigste Preis zum Verkaufen gewesen. Und dann habt ihr hier quasi so ein Diagramm von bis. Ähm, das kann man hier auch als Fehler interpretieren. Und dann hat man eben diesen Punkt als Mittelwert, der uns dann das Ganze angibt. Wir sehen hier auch 7,9 plus minus 0,076. Das wäre hier unser Fehler. Ähm, ich mach das mal nochmal ein bisschen größer. Wenn wir hier drüber fahren, sehen wir hier auch bei Sepal Length ist jetzt der Fehler. Logischerweise, weil wir es auf die Y-Achse gepackt haben. Ähm, obwohl wir hier den Fehler aus der Sepal Width berechnet haben. Aber das macht in dem Fall nichts. Das heißt, ja, ihr könnt Fehler auch anzeigen lassen. Gut, das soll nur ein kleines Update gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.